Aeon bietet ein Zeitspendenprogramm, das jedes gespendete Lebensjahr großzügig vergütet. Wir können die Uhr zurückdrehen. Also werden wir so lange weiterforschen, bis nicht mehr das Alter und der Tod über uns bestimmen, sondern umgekehrt. Ihr Körper ist wieder jung. Ich sehe, die Verjüngung war erfolgreich. Wie würden Sie sich fühlen? Man nimmt die in ihr Leben weg und gibt es eine Milliardärin. Ich meine, wenn jemand gar nichts mehr hat außer seine Jugend, willst du ihm auch noch verbieten, davon zu profitieren? Those who make lifetime a commodity, make people a commodity. Die Bank will meine Frau 40 Jahre penden. Man muss doch irgendwas tun können. Gegen Sie, Frau Elena Thoma, ist eine Vermögenspfändung verfügt worden. Ihre Höhe beträgt gemäß richterlichem Beschluss 38 Jahre. Hilfe! Sie haben mir Ihre Hilfe versprochen. Und wir wollten zusammen alt werden. Wir kriegen das hinter das. Das lässt sich umkehren. Die Frau hat dir 40 Jahre gestorben. Und wir holen uns jetzt wieder. Ich versuche Ihnen mitzuteilen, dass ich mit Ihnen auf der gleichen Seite stehe. Ich versuche Ihnen, dass ihr Leben mehr wert ist als ihr. Ich versuche Ihnen, dass ihr Leben mehr wert ist als ihr. Ihr habt entschieden, dass ihr Leben mehr wert ist als ihr. Jugend ist... Das klingt so verführerisch. Ich versuche Ihnen, dass ihr Leben mehr wert ist als ihr. Wo ist mein Mind? Ich versuche Ihnen, dass ihr Leben mehr wert ist als ihr. Es ist ein kleines Stream. Die Fertilung von der Nachricht ist als ihr. Vielen Dank.